Enko Sashana de Lamini-Zuma ist eine südafrikanische Ärztin und Politikerin. Seit Juli 2012 ist sie außerdem Kommissionsvorsitzende der Afrikanischen Union. Zuvor war sie die Innenministerin von Südafrika in der Regierung ihres früheren Ehemannes Jakob Zuma. Leben Das älteste von acht Kindern eines katholischen Lehrers wuchs im Natal auf und gehört eigenen Angaben zufolge dem Volk der Zulu an. Nach dem Amansituti-Training College wechselte sie auf die University of Zululand, die sie 1971 mit dem Bachelorgrad in Zoologie und Botanik verließ. Nachdem sie sich unter anderem als Vizepräsidentin der South African Students Organisation sowie im African National Congress engagiert hatte, verließ sie Südafrika, noch bevor sie ihr Medizinstudium an der University of Natal beenden konnte. Sie ging ins politische Exil nach Großbritannien. Dort engagierte sie sich unter anderem von 1977 bis 1978 als Vorsitzende der ANC Youth Section. Ebenfalls 1978 schloss sie ihr Medizinstudium mit dem Bachelorgrad an der University of Bristol ab. Ein weiteres Diplom erwarb sie 1986 an der University of Liverpool. Stationen als Ärztin führten die Lamini-Zuma nach Bristol, Berkshire, Sarsiland und London. Nach dem Direktorenposten des britischen Health Refugee Trust ging sie zurück nach Afrika und arbeitete für die ANC Gesundheitsabteilung im Samwischen Lusaka. Von 1991 und 1994 widmete sie sich der Forschung am Medical Research Council in Dörben. Gleichzeitig war de Lamini-Zuma weiterhin politisch in Quasulonatal tätig und übernahm dort Führungsaufgaben für den ANC. 1994 wurde sie in das ANC-Exekutivkomitee gewählt. Nach Ende der Apartheid und den ersten allgemeinen Wahlen in Südafrika 1994 wurde de Lamini-Zuma zur Gesundheitsministerin in die Regierung Nelson Mandelas berufen. In dieser Position setzte sie sich gegen den Widerstand der Pharmaindustrie durch und öffnete den südafrikanischen Markt für billig produzierte Arzneimittel und Generika aus Drittländern. Auch setzte sie sich für die medizinische Versorgung von schwangeren Frauen und Kindern, die Legalisierung von Abtreibungen auf Wunsch sowie für ein strenges Rauchverbot an öffentlichen Plätzen ein. Letzt genanntes Engagement brachte ihr 1999 den Tobacco Free World Award der Weltgesundheitsorganisation ein. Dagegen zu einem Skandal geriet ein durch das Gesundheitsministerium finanziertes Musical zur AIDS-Aufklärung. Das nach Korruption nur zweimal aufgeführt wurde. Von 1999 bis 2009 amtierte de Lamini-Zuma als Außenministerin Südafrikas unter Staatspräsident Thabo Mbeki. International in die Kritik geriet ihre stille Diplomatie gegenüber dem simbapwischen Diktator Robert Mugabe, die keine Erfolge erzielte. Vom 11. Mai 2009 bis zum 2. Oktober 2012 war sie Innenministerin in der Regierung von Jakob Zuma, während ihre Nachfolgerin im Außenministerium Maite Enquaname-Schabane wurde. Mit dem bekennenden Polygamisten Zuma war de Lamini-Zuma von 1982 bis 1998 verheiratet. Aus dieser Verbindung gingen vier Töchter hervor. De Lamini-Zuma gilt als resolut und fleißig, aber auch als ungeduldige und ergebnisorientierte Politikerin. Am 15. Juli 2012 wurde de Lamini-Zuma als erste Frau überhaupt zur Kommissionsvorsitzenden der Afrikanischen Union gewählt. Dabei setzte sie sich in einem Machtkampf mit der notwendigen Zweidrittelmehrheit gegen den bisherigen gabunischen Amtsinhaber Jinping durch. Ihren Sieg wertete de Lamini-Zuma als Zeichen für die Emanzipation der Frauen in Afrika. Sie gab an, die auch effizienter machen zu wollen. Auszeichnungen 1995 Ehrendoktortitel der Universität von Natal 1996 Ehrendoktortitel der University of Bristol 1997 Ehrendoktortitel der University of Transcai 1999 Tobacco Free World Award der WHO 2002 Grand Maître de l'Ordre national der Republik Mali 2002 Premium Award on NEPA de Distribute Magazine 2004 States Women of Aire Award 2007 Ehrenprofessorin der Weißrussischen Staatsuniversität 2013 Order of Luthuli in Gold Bar Hecher Es wird in Gold begrüben Erwin in Gold